Herzlich Willkommen zum Audi Generation Award 2021. Ich werde euch heute hier mal zeigen, was alles so vor der Veranstaltung schon passiert. So, erstmal mein Auto laden und nehme euch mit. Ein bisschen Vorbereitung gehört natürlich auch dazu, damit es nachher auf der Bühne spielerisch unleicht aussieht. Ich gehe jetzt einfach noch mal ein bisschen den Ablauf durch und ziehe mir noch ein paar Informationen zu den einzelnen Gästen lauter Touren, denn ich muss ja nachher alle Namen im Kopf haben. Der vollelektrische Shuttle Service, geballte Audi Power. Future is an Attitude. Jetzt kommen wir zum ganz wichtigen Teil. Es wird heute mein Rot. Natürlich mit weißem Hemd und weinroter Krawatte. So, jetzt bin ich bereit für Rote Teppich Action. Kann losgehen. Und dann steht da oben auch gleich herzlich willkommen. Lisa und Lena. Macht Sinn. Das ist geil. Jetzt könnt ihr gleich mal so ein echtes Geschrei an der Pressewand miterleben, wenn Lisa und Lena da hingehen. Da ist nochmal richtig Action. So, jetzt nochmal ganz schnell zu mir schauen, weil wir haben jetzt die Bilder gemacht. Guck mal, mit rechten. Köpfe ein bisschen zusammen. Ja, und zu mir schon. Wir möchten Sie nun bitten, Ihre Plätze einzunehmen. Die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Ich freue mich jetzt echt, dass es losgeht. Ich bin ja so kein Typ für Vorbereitung. Ich will auf die Bühne und ich will dann los. Ich bin wie so ein Rennpferd jetzt in der Startbox. Warte, dass die Tür aufgeht, dass man mich rauslässt. Ich begrüße Sie mit uns zusammen. Keine Frau, bitte einen riesigen Applaus. Ich bin ja so ein Rennpferd jetzt. Ja, das war es schon wieder mit dem Audi Generation World, zumindest hier auf der Bühne. Aber es geht ja gleich noch weiter mit der Aftershow-Party. Das war noch nicht alles am Feuerwerk heute Abend. So, jetzt heißt es gut stärken für die Party. Ich glaube, hier wird noch ordentlich gefeiert. Ich werde nachher ins Bett gehen.